Ah, Kali! Schon wieder warten wir hier im Zwielicht auf. Auf wen? Unsere Schlachtzeuger. Unsere Schlachtzeuger, Kali. Am 1. Mai, Beberei, hört endlich die dunkle Jahreszeit auf und der Frühling wird eingeläutet. Mit? Mit Snack Biscuit. Und Lukas' Little Sister. Und Special Guest. Ganz spezial. Oh ja. Seid dabei! Ja, wir sind schon sehr klein noch, aber... Wir können auch das Schild mitnehmen, ne?